Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Software-Harchitektur im Stream. Und heute habe ich mir etwas anderes überlegt. Das heißt, heute wollen wir ein Paper diskutieren, und zwar Getting Started with DDD when surrounded by Legacy Systems von Eric Evans. Freitag plane ich eigentlich die nächsten Termine. Da werde ich, glaube ich, einfach so eine Frage-und-Antwort-Session machen. Also ich habe noch ein paar Fragen, die sich angesammelt haben. Die würde ich dann dort diskutieren. Ansonsten gerne Fragen stellen hier im Chat oder entsprechend über Twitter. Oder es gibt auch von der Webseite evolve.com auch eine Seite, wo man anonyme Fragen stellen kann. Das gucke ich irgendwie alles an. Ja, warum diskutieren wir nun ausgerechnet dieses Thema? Das Paper ist mir empfohlen worden. Danke, Guido, aufgrund von einem Thema bei einem Kunden. Ich glaube, dass das Thema Legacy und DDD ein ganz wichtiges Thema ist. Und das Paper diskutiert ist ein bisschen anders, als ich es sonst gewohnt bin. Ich habe selber dazu auch ein paar Präsentationen gemacht. Deswegen fand ich das sehr gut als Ergänzung. Es ist ein relativ altes Thema. Das Paper ist von 2013. Und ich fand es wichtig, das trotzdem oder gerade deswegen zu diskutieren, weil wir schon mal den Fehler gemacht haben, Erics Buch, glaube ich, nicht vollständig zu lesen. Und deswegen fand ich es wichtig, dieses Paper dann nochmal komplett durchzuarbeiten. Außerdem fand ich es interessant, weil in einigen Detailfragen tatsächlich auch eine Menge spannender Sachen drinstecken. Und weil, Eric, weil ich mich da an einigen Stellen auch schlicht und einfach bestätigt fühle, was irgendwie auch ganz, ganz nett ist. Worum geht es inhaltlich? Ja, eigentlich möchte ich erstmal loslegen mit so einem groben Überblick. Also innerhalb des Papers werden vier Strategien diskutiert. Die werde ich alle diskutieren. Ich fand erstmal spannend, was in dem Paper nicht drinsteht. Und zwar kenne ich sehr viele Umgebungen, wo sehr intensiv diskutiert wird über Zielbilder. Und gesagt wird, naja, wenn wir halt irgendwie ein Legacy-System haben und wir wollen halt Domain-Driven-Design machen, dann müssen wir uns erstmal darüber klar werden, wie eigentlich eine vernünftige Aufteilung, eine ideale vernünftige Aufteilung aussieht. Und das diskutiert Eric jetzt in dem Paper überhaupt gar nicht. Es gibt in Domain-Driven-Design selber die Context-Map. Die Context-Map soll die vorhandenen Kontexte aufmalen, was ja bedeutet, dass dort Legacy-Systeme auch drin sind. Von daher gibt es dort halt so ein Thema. Aber ich fand es eben spannend, dass das da nicht drinsteht. Nun ist halt die Frage, warum steht es da nicht drin? Vielleicht ist es halt einfach tatsächlich nicht wichtig. Das ist meine Interpretation. Aber vielleicht überinterpretiere ich das. Aber wenn man sich das Gesamtpaper anguckt, dann diskutiert es eben tatsächlich im Wesentlichen feingranulare Ansätze, wie ich mit Legacy-Systemen umgehen kann und gar nicht so sehr so einen großen Wurf. Im Gegenteil. Also Inhalt sind vier verschiedene Strategien. Die werden wir einzeln anschauen. Lisa malt auch Sketch Notes. Die werden wir uns auch sozusagen während der Session ein, zwei Stände uns irgendwie angucken. So, und diese vier Strategien. Die erste Strategie, die Eric vorschlägt, ist der Bubble-Kontext. Also seine Aussage ist, Domain-Driven-Design braucht einen sauberen, bauenden Kontext. So ein bauenden Kontext ist ein begrenzter Bereich, in dem es ein Domain-Modell und eine ubiquitous Language gibt. Domain-Modell, eine Ansammlung von irgendwie Klassen, die ins taktischen Design von Domain-Driven-Design noch weiter ausgeführt werden. Und dann eben eine ubiquitous Language, eine allgegenwärtige Sprache, also ein Bereich, in dem bestimmte Begriffe fest definiert sind. Wenn ich eine Ware zum Beispiel habe, ist eine Ware, wenn ich sie verschicke, vielleicht etwas, was ein Gewicht hat und wo ich mir halt Gedanken machen muss, ob ich es kühlen muss, wenn ich es wegschicke. Und vielleicht ist das dann bei der Rechnung eher etwas, was einen Preis hat und eine Mehrwertsteuer. Und das sind eben unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und dadurch kann ich eben diese Ware in diesen unterschiedlichen bauenden Kontexten sozusagen richtig betrachten. Und es ist eben dann so, dass ich dort nicht mehr das Problem habe, dass ich halt von Varianten reden muss und Waren auf der anderen Seite, sondern ich kann eben überall von Waren reden. Manchmal geht es eben um die Preise bei der Rechnungslegung, manchmal geht es darum, wie ich es zum Kunden bringe bei der Lieferung. Und das ist eben dort der Vorteil von bauenden Kontexten. Und ich kann dann, will eigentlich so einen bauenden Kontext bauen. Das ist der Kern von Domain-Driven-Design. Da will ich ein sauberes Modell haben, was denn eben diese Ware genauso modelliert. So, und das Erste, was Eric jetzt weiter ausführt, bevor er zu diesem Eigentlich-Pattern kommt, ist, dass er eben sagt, naja, ein Legacy-System hat auch ein Modell implizit. Es ist vielleicht nicht so, dass es modelliert worden ist und dass man sich jetzt irgendwie da große Gedanken gemacht hat. Aber es ist eben da. Und das finde ich halt erstmal eine spannende Beobachtung. Das Legacy-Modell ist schwer änderbar. Das ist meistens die Herausforderung. Und der Gedanke, der dann in dem Paper ist, den ich halt besonders spannend fand, war, wenn ich ein neues Modell baue, dann kann es sein, dass ich das, was das Legacy-Modell gut macht, irgendwie beschädige. Also ich habe dort eben ein Modell, was auf bestimmte Sachen optimiert ist. Und wenn ich jetzt ein neues Modell baue, naja, das hat eben andere Gedanken und andere Ideen. Das kann durchaus sein, dass ich dann eben ein Modell baue, das mir gar nicht so viel hilft. Oder dass sogar die Dinge, die halt in dem Legacy-Modell gut gelöst sind, eben schlechter löst. Und das fand ich erstmal eine spannende Idee, weil man normalerweise bei Legacy-Modellen denkt, naja, das ist halt irgendwie alt und vergurkt. Das wollen wir nicht mehr. Ja, aber vielleicht ist es halt irgendwie gut. Ich kann aber nicht so ohne weiteres neue Objekte einfügen in mein vorhandenes System, weil ich dort vielleicht Konflikte bekomme. Nicht, wenn ich halt bereits eine wahre Modellierung habe und ich baue jetzt eine neue wahre Modellierung dort ein, dann kriege ich eben Konflikte. Und das ist irgendwie auch nicht so schlau, das Legacy-System jetzt zu erweitern und zu sagen, ich baue das jetzt einfach rein. Irgendwie auch nicht so gut. So, und das führt dazu, dass Eric dann sagt, naja, eine Alternative wäre, dass ich jetzt das Legacy-System auch noch gleich ablöse. Also ich sage, das Legacy-System ist halt irgendwie suboptimal implementiert. Ich möchte es besser implementieren. Was mache ich jetzt also? Ich löse das Legacy-System ab. So, und da hat er halt einen sehr lapinaren Satz geschrieben, in dem steht, ich rate davon ab. Also in Englisch ist es, I advise against this also. Das sind fünf Worte, ich rate davon ab, sind ein paar weniger. Und das fand ich halt jetzt spannend. Warum kommt er zu diesem Ergebnis? Weil er sagt, wenn ich das tue, wenn ich ein Legacy-System ablöse, ist das bereits ein hohes Risiko. Selbst unter der Voraussetzung, dass ich die Techniken, die ich dort nutzen möchte, bereits gut beherrsche. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte Domain-Dream-Design neu machen und außerdem ein Legacy-System ablösen, dann habe ich halt gleich zwei größere Herausforderungen, die ich irgendwie lösen muss. Und das ist vielleicht nicht so schlau. Also das System ersetzen. Ich glaube, was er damit genau genommen meint, ist so ein Plan, der halt sagt, wir nehmen das alte System und wir schalten es halt komplett ab. Das ist keine gute Strategie. Wir müssen irgendwie inkrementell arbeiten. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Team dazu in der Lage ist, Erfahrungen zu sammeln. Und wir müssen halt irgendwie den Ansatz bewerten können. Da, finde ich, sind jetzt viele noch spannende Sachen drin. Also einmal die Aussage, es geht eben nicht nur um Software. Es geht auch darum, dass wir Erfahrungen sammeln wollen. Also es geht eben auch um Menschen und die Erfahrung. Und es geht eben auch darum, den Ansatz überhaupt erstmal bewerten zu können. So, und was er jetzt eben konkret vorschlägt, ist der Bubble-Kontext. Also Bubble heißt eben Blase. Und damit ziert er auf so ein mittleres Ergebnis ab. Also wir wollen nicht irgendwie alles komplett neu machen. Wir wollen aber damit auch kein großes Commitment. Wir brauchen deswegen auch kein großes Commitment. Wir müssen also jetzt nicht irgendwie große Budgets oder sowas definieren. Und das Spannende bei der Sache ist, dass er dann im Weiteren sagt, diese Blase, die Metapher, das ist nicht so ein Ding, was halt irgendwie immer da bleibt, sondern eine Blase kann eben platzen. Diese Blase kann eben auch platzen. Das bedeutet, dass ich dann eben eigentlich das Säge-System erweitert habe und gar nicht so richtig einen Neustart habe. Aber dafür habe ich dann eben in der Organisation Erfahrung für die Nutzung mit Domain-Driven-Design gesammelt. Der Code ist dann sozusagen weg. Also der ist dann sozusagen in das Säge-System hinein diffundiert. Aber ich habe jetzt eben Erfahrung gesammelt. So und das finde ich also an mehreren Stellen spannend. Also überhaupt nicht den Ansatz zu haben, dass man sagt, wir wollen halt für immer sauber bleiben. Und aber den Ansatz zu haben, dass man eben Erfahrung sammeln möchte. Wie geht das System jetzt vor? Also ich muss hier jetzt irgendwie diese Blase mir irgendwie aufbauen. Und das Besondere an dem Bubble-Kontext ist, dass ich dafür das Legacy-System benutze, also insbesondere die Legacy-Datenbank, was bedeutet, dass ich dort kein Synchronisationsproblem habe. Ich baue mir also jetzt für meinen Baune-Kontext, da ist also mein tolles neues Modell, da baue ich mir ein Anti-Corruption-Layer ein. Anti-Corruption-Layer ist eins von den fundamentalen Konzepten von Domain-Driven-Design und sagt eben, dass ich eine Schicht baue, mit der ich mich von einem anderen System entkoppel, weil beispielsweise das Modell des anderen Systems eben alt ist und nicht mehr gut funktioniert. Dieses Anti-Corruption-Layer ist aber nur für einen Entwicklungsauftrag. Es ist nicht etwas, was ich langfristig benutzen möchte. Das heißt, ich habe so ein wichtiges Thema, eins, wo ich halt von Domain-Driven-Design Vorteile haben kann, nicht allzu groß. Und ich möchte dort ein kleines Team haben, das selbstdiszipliniert ist, das also selber eben auch sozusagen in Anführungsstrichen das Richtige tut. So, auch das finde ich ist halt ein spannender Aspekt. Vielleicht, das findet sich auch in Domain-Driven-Design sonst wieder, diese Idee, dass man eben mit solchen organisatorischen Maßnahmen Dinge an der Stelle optimieren kann. So, er hat ein Beispiel. In seinem Paper spricht er über ein Banksystem und das Banksystem soll jetzt die Frage beantworten können, das, was ich dort gerade sehe, irgendwo online in einem E-Commerce-Shop, kann ich mir das eigentlich leisten? So, und das ist irgendwie die, da habe ich halt Geld auf dem Sparbuch. Das könnte ich halt dafür nehmen. Ich habe die Limits meiner Kreditkarte abzüglich der Belastungen, die da drauf sind. Und das Ganze ist eben ein sehr einfaches Beispiel, aber nicht. Beispiele sollen eben einfach sein, weil man sie sonst nicht verstehen kann. So, und wir haben jetzt in dieser Bank zwei Systeme, die beide Sparbücher und Kreditkarten verwalten. Also wir haben vielleicht durch Mergers and Acquisitions noch eine andere Bank dazugekauft. Und diese Bank hat eben ein eigenes System mit Sparbüchern und Kreditkarten. Wir wollen jetzt eine Übersetzung bauen, mit der wir das in unser Modell rüberbekommen. So, das heißt also, wir würden jetzt, diese Systeme haben irgendwie Schnittstellen, über die wir die Information bekommen können. Vielleicht müssen wir sogar auf die Datenbank zugreifen. Das schließt ja nicht aus. Das ist auch ein Kritikpunkt, über den man diskutieren kann, ob eben man tatsächlich auf andere Datenbanken zugreifen möchte. Und das bedeutet, ich habe jetzt von diesen beiden Systemen Informationen über Sparbücher und Kreditkarten und überbringe das jetzt in mein eigenes Modell. So, und da ist halt eine von seinen Aussagen, dass die Dinge, die wir aus diesem alten System rüberbekommen, semantisch übersetzt werden müssen. Und da kann es sein, dass wir Dinge haben, die ja die richtigen Zahlen ergeben, die aber semantisch falsch sind. Also, wenn ich zum Beispiel bei meiner Kreditkarte, da kann man ja so Beträge reservieren, wenn ich zum Beispiel in einem Hotel einchecke, dann reservieren die einen Betrag, falls ich irgendwie das Zimmer zerstöre. Dann können sie eben diesen Betrag von der Kreditkarte anschließend abbuchen. Und das ist offensichtlich keine Ausgabe. Trotzdem begrenzt auch das, was ich ausgeben kann. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie sozusagen einen Shortcut nehmen und könnte sagen, naja, so eine Reservierung ist eigentlich auch eine Ausgabe. Ich berechne es einfach gleich. Aber das ist eben eigentlich etwas, was zufällig funktioniert. Und wenn wir an irgendeiner Stelle sagen, nee, das ändern wir, die Reservierung, diese reservierten Beträge, die sind anders zu verstehen, dann hätten wir halt ein Problem. Das heißt, wir müssen halt diese Adaption tatsächlich machen. Wir müssen das übersetzen in ein vernünftiges Modell und dürfen uns dabei solche Sachen eben nicht erlauben. Und außerdem kann der Übersetzer, sollte ich jetzt eben auch nicht berechnen, naja, Limit minus Belastung, das ist also das, was ich von der Kreditkarte abheben kann. Das ist wahrscheinlich Logik im Bounded Kontext. Also das ist etwas, was im Bounded Kontext berechnet wird. Auch das sollte eben aus diesem Übersetzer raus. So, das Pattern, was er jetzt für diesen Bubble Kontext nennt, ist das ACL Backed Repository. Also wir haben diese Anti-Corruption Layer. Und jetzt ist die Frage, wo bringen wir diesen Anti-Corruption Layer in unserem neuen System ein? Also wir haben ja eben dieses System, was jetzt berechnen soll, wie viel Geld ich denn nun tatsächlich auf den Tisch legen kann, um mir irgendwas zu kaufen. Und seine Aussage ist, das packen wir in ein Repository. Ein Repository ist ein taktisches DDD-Pattern. Das beschreibt also eher so die Sachen auf Ebene von Klassen. Und ein Repository gibt einem die Illusion eines Data Stores. Das heißt, ich kann dort irgendwie Daten reintun, ich kann Daten rauslesen, ich kann irgendwelche Queries machen. Und normalerweise würde man dort einfach dann die Datenbank hinterhängen. Also ich kann Kunden suchen nach Namen, ich kann irgendwie mir einen bestimmten Kunden rausnehmen. Das kann man sich jetzt überlegen, wie man das relativ einfach mit einer Datenbank implementiert. Und was Eric jetzt argumentiert ist, dass ich das gerne benutzen möchte, um auch Zugriff auf Legacy-Daten zu haben. Das heißt also, an dieser Stelle baue ich jetzt ein Repository, das halt mitnichten eine dünne Schicht über eine Datenbank ist, sondern das holt jetzt die Daten aus den Legacy-Systemen heraus, über Services, die diese Systeme anbieten, über Repositories oder vielleicht auch irgendwie über Queries, und ruft dann einen Übersetzer auf, der dafür sorgt, dass das ins neue Modell übersetzt wird. Also da würde ich jetzt zu diesen beiden Banksystemen hingehen, würde sagen, gib mir bitte diese Informationen. Vielleicht haben die schon irgendwelche Schnittstellen, über die ich das machen kann. Vielleicht muss ich auf die Datenbank zugreifen. Und dann übersetze ich das in mein eigenes lokales Modell. Was also bedeutet, wir haben dort ein Repository ohne eigenen Datenspeicher. Das ist das Besondere. Vielleicht auch das, wo man sozusagen nochmal was lernt, eben über Repositories. Das ist halt kein Repository mit einer Datenbank, sondern es ist eben ein Stück Software, was auf andere Systeme zugreift. Und ein signifikantes Stück Software. Er empfiehlt also, dass man dort ein Budget und eine Planung macht dafür und dass es eben entkoppelt sein soll von der Geschäftslogik. Es gibt jetzt Herausforderungen. Also wenn ich jetzt irgendwas refactore, wenn ich mehr Informationen benötige, wenn ich die andere Informationen benötige, dann schlägt das auf das Repository durch. Und der Zugriff auf diese Informationen, der ist ja nicht trivial. Also ist es sehr teuer, dieses Anti-Corruption-Layer zu bauen. Und das ist dort eben eine der Herausforderungen und eines der Themen. Das Anti-Corruption-Layer könnte dann auch in beide Richtungen funktionieren. Also in dem Beispiel, was ich genannt habe, ruhe ich ja nur Daten raus. Ich könnte halt auch Daten reinschreiben. Und dann wäre das eben noch weiter und noch komplexer an der Stelle. So, was wird aus der Blase? Also er sagt eben, die Entwicklung in dieser Blase ist eben für ein bestimmtes Ding. Also für dieses Ding, wo ich eben zum Beispiel sage, wie viel kann ich denn nun auf den Tisch legen an Geld? Ich werde das über Monate benutzen, vielleicht über Jahre, also nicht sehr langfristig. Also Jahre sind halt auch schon nicht langfristig für ihn. Ich kann das zu einer Autonomous-Bubble machen. Das ist das, was ich gleich diskutiere. Also ich kann aus diesem Bubble-Kontext eine autonome Bubble machen. Oder der disziplinierte Ansatz wird eben nicht beibehalten. Ich gehe an diesem Anti-Corruption-Layer vorbei. Irgendwie ist die Mission erfüllt. Wir haben die Funktionalität gebaut. Und dann sagt er halt, also so ist meine primitive Übersetzung des Englischen, dass dann das Fossil dieses Modells ein weiterer Mosaikstein in dem Legacy-System wird. Also wir haben dann eben ein weiteres Ding dort irgendwie reingebaut und haben das nicht unbedingt nachhaltig verbessert an der Stelle. Und wie gesagt, das bedeutet eben auch, dass das Ding platzen kann oder soll. Nochmal in der Zusammenfassung. Also das Besondere bei dem Bubble-Kontext ist eben, dass das direkten Synchron-Zugriff auf das alte System hat. Dadurch ist es auch begrenzt. Das ist bei der Autonomität. Also ich kann jetzt nicht eigene Daten hinzufügen. Ich kann nur Daten, auf Daten zugreifen, die in dem Legacy-System sind. Wenn ich also mehr Daten brauche, müsste ich das Legacy-System entsprechend anpassen. Ich brauche kein großes Domain-Dream-Design-Commitment. Das ist etwas, was also übersichtlich ist. Ich mache keine Synchronisation von irgendwelchen Daten. Und seine Aussage ist, naja, es funktioniert eben dann, wenn nicht zu viele Daten benötigt werden. Ich gucke jetzt mal, ob irgendwelche Fragen schon aufgetaucht sind. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann hätten wir sozusagen die erste Möglichkeit diskutiert. Also Bubble-Kontext. So. So, jetzt ist halt die Frage, welche andere Möglichkeiten haben wir? Die nächste Möglichkeit wäre eben der Autonomous-Bubble, also die unabhängige Blase. So, und genau, und bevor ich damit lossehe, sozusagen noch eine Anmerkung an der Stelle. Was ich halt spannend finde, und das ergibt sich später auch nochmal, darauf hebt Eric später irgendwie auch nochmal ab, was er eigentlich sagt ist, die Daten aus dem existierenden System bringen mir nichts, ich muss sie übersetzen in mein eigenes Modell. Und das führt zu so einem spannenden Thema, über das ich halt mich schon lange, ja, wo ich halt schon lange sozusagen Fragezeichen habe. Und zwar, wenn ich jetzt einfach alle Daten irgendwie in ein Data Lake gebe oder in ein Business-BI-System, nützt mir das eigentlich irgendetwas? Also nach dieser Denkart irgendwie nicht. Also diese Denkart sagt halt, ich habe mein eigenes Modell, ich möchte die Daten von dem alten, anderen Legacy-Modell in mein Modell überführen, ich muss sie verstehen und dazu muss ich eben diese Adaptoren bauen, die ist ein Anti-Corruption-Layer und da ist eine ganze Menge Logik drin. Er sagt sogar, dass es irgendwie schwierig ist, das auf die Reihe zu bekommen, das richtig hinzubekommen und ich möchte eben, das hatte ich versucht zu illustrieren an diesem Unterschied zwischen einer Belastung und einem reservierten Betrag auf der Kreditkarte, ich möchte es eben semantisch sauber hinbekommen. Und da nützen mir die Daten einfach so als uninterpretierte Daten relativ wenig. Auf der anderen Seite sagte Eric in seinem Paper, nicht, also das ist jetzt meine eigene Frage, was bedeutet das für Data Lakes und BI-Systeme? Was Eric jetzt selber sagt, ist, naja, wenn ich halt Daten aus anderen Systemen neu interpretiere, dann kommen da halt spannende Effekte raus und das ist etwas, wo im Bubble-Kontext vielleicht ein Start sein kann. So, was ist jetzt die Autonomous Bubble? Die Definition oder die wesentliche Eigenschaft der Autonomous Bubble ist, dass sie unabhängig von anderen Systemen zumindest für einige Zeit laufen kann. Sie hat deswegen einen eigenen Datenspeicher, vielleicht nur in Memory, aber mehr als ein Cache. So, jetzt ist die Frage, warum ist das so? Also, warum diese Idee? Und häufig höre ich dann, naja, also wenn ich halt diese Diskussion führe oder wenn ich über dieses Pattern rede, höre ich halt häufig sowas rund um Resilienz. Wenn ich einen eigenen Datenspeicher habe, dann kann eben das andere System ausfallen und ich laufe weiter. Und das ist halt eine mögliche Motivation. Das diskutiert er überhaupt gar nicht, sondern was er sagt, ist, die Evolution meines Datenmodells ist loser gekoppelt. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und das ist eben einer der vielen Sachen, weswegen ich für dieses Paper dankbar bin. Und das ist auch ein Punkt, bei dem ich mir nicht ganz so sicher bin, ob er jetzt so offensichtlich ist. Was es also bedeutet ist, wenn ich nicht synchron auf die Daten zugreife, dann habe ich mein eigenes Datenmodell. Ich habe es bei mir in einem Datastore und ich kann zum Beispiel Daten hinzufügen, ohne das im Legacy-System zu machen. So, und das ist eben dort die Idee. Ausgeführt wird das im Synchronizing Anti-Corruption Layer. Das ist also die Idee, wie man das umsetzt. Der synchronisiert dann die beiden Datastores in den unterschiedlichen baenden Kontexten und tut das irgendwie asynchron, typischerweise. Das heißt also, der eine baende Kontext oder das Legacy-System schreibt irgendwelche Daten rein, dann wird irgendwann diese Informationen übertragen in das neue System. Was bedeutet, dass wir ein Service-Level-Agreement haben bezüglich der Aktualität der Daten? Wir können also jetzt darüber diskutieren, wie schnell diese Daten da sind. Und das können wir, ist eben eine, etwas, was wir beim Entwurf dann beachten müssen. Das ist tatsächlich eine Datensynchronisation. Das heißt, dieses Anti-Corruption Layer schreibt die Daten irgendwo hin und dann greift das Repository auf diese Daten zu. Zumindest ist das in der Grafik dort so angezeichnet und ich denke, das macht auch inhaltlich Sinn. Wie kann ich sowas umsetzen? Ich kann nächtlich ein Batch machen. Das ist so ein bisschen der Standard. Dann habe ich halt ein SLA, ein Service-Level-Agreement, dass die Daten halt am nächsten Tag da sind. Ich kann mehrere Anti-Corruption Layer haben für verschiedene Systeme, die alle in einem Batch gepackt sind. Ich kann außerdem in dem Batch auch noch Logik haben, die halt einmal pro Tag laufen soll. Genau so ein System habe ich irgendwie auch aus der Nähe schon mal gesehen und wir haben versucht, das abzulösen. Das ist irgendwie schwierig. Deswegen möchte ich diese, so sagt Eric, meinen Anti-Corruption Layer, meine Synchronisation da rauszippern. Ich möchte das getrennt haben von den anderen und nicht irgendwie stark vermengt haben mit dem, was dann noch so einmal pro Tag oder einmal pro Nacht passieren soll. Wenn ich mit diesem einmal pro Nacht nicht ausreiche, dann kann ich Domänen-Events benutzen. Dann kann ich auch ein laufendes System aktualisieren. Dann kann ich mir sagen, okay, hier passiert irgendetwas, ich schicke ein Event in das andere System und dort aktualisiere ich das. Was er dort nochmal sagt ist, auch Nachrichten müssen übersetzt werden, wenn sie die Grenze eines baubenden Kontextes überschreiten. Das habe ich mir extra nochmal angestrichen und mit Ausrufezeilen versehen. Ich habe also mein Modell, ich schreibe im Kontext meines Modells Daten in ein Event. Wenn ich das einfach in dem anderen Kontext übernehme, dann habe ich eben gerade einen Teil meines Modells in das andere übernommen und das ist irgendwie nicht schlau. Ich muss das also übertragen und wir haben das vorhin diskutiert, ich muss eben diese Semantik, Kreditkarte, die Beträge, die abgebucht sind, die Beträge, die reserviert sind, die semantische Übersetzung, das muss ich irgendwo tun und ich sollte eben das andere Modell nicht verschmutzen. Das bedeutet, so ein Event oder so ein Message sind eben nicht von vornherein lose Kopplung. Das ist etwas, was halt häufig diskutiert wird. Ich baue halt einfach einen Event Channel und dann schicken halt die Legacy Systeme Events da rein und die neuen Systeme können irgendwie darauf reagieren und das ist eben dann eine lose Kopplung. Ne, das ist irgendwie gerade nicht so, wenn alle reagieren auf irgendwelche Events und das nicht semantisch übersetzen, dann habe ich eine ziemlich krasse Verschmutzung der verschiedenen Domänen-Modelle und mein Legacy-Modell hat sich gerade in die anderen Modelle fortgepflanzt und das ist irgendwie so semi-schlau. So, wann sollte ich das tun? Also, der Bubble-Kontext, von dem ich vorher gesprochen habe, der hat eben sehr wenig Overhead, aber kann nur Daten benutzen, die aus dem Legacy-System rüberkommen und wenn ich da mehr Daten brauche, dann muss ich das entsprechend erweitern, die Legacy-Systeme, das führt zu noch stärkeren Kopplung. Das Synchronizing, ACL und das, worüber wir hier reden, also die Autonomous Bubble, die bedeutet mehr Aufwand, aber dafür bin ich eben auch autonomer. Ich kann dort meine eigenen Daten haben und das bedeutet also, ich habe dort ein stärkeres organisatorisches Commitment mit deutlich mehr Aufwand. Ich kann neue Daten dort einlegen, ich habe dadurch mehr Entkopplung und das ist möglicherweise etwas, was ich aus dem Bubble-Kontext entwickeln kann. Also ich kann dann sagen, ich fange mit dem Bubble-Kontext an, dort greife ich direkt auf die alten Systeme zu und irgendwann erweitere ich das so, dass ich meinen eigenen Datastore habe und die Daten halt in meinem Datastore lasse. Das kann ich einfach tun. Wäre also ein Migrationspfad. An der Stelle noch ein Hinweis, also das ist jetzt sozusagen das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich das Paper gelesen habe. Was das letztendlich bedeutet ist, wenn ich in meinem System eine Datenbank habe, die ich aus den Events, die mir geschickt werden, komplett wieder aufbauen kann, das ist ja etwas, was teilweise diskutiert wird als ein besonders schlaues Entwurfsmuster, dann handele ich mir damit genau das Problem ein, was Eric in seinem Paper diskutiert hat. Ich habe im Prinzip diesen Store und ich kann diesen Store nicht autonom erweitern, weil den befülle ich ja aus den Events, die halt reinkommen. Das heißt, wenn ich dort mehr Informationen haben möchte, muss ich halt irgendwie auch die Events erweitern. Das ist also eigentlich in Bezug auf Kopplung keine besonders schlaue Idee. Ich möchte so jedenfalls das, was er in seinem Paper schreibt und ich, also ich stimme dem zu. Ich glaube, das ist irgendwie so. Das bedeutet also, diese autonomen Datenspeicherer sind eben ein wichtiger Punkt, um überhaupt eine Autonomität herzustellen und eben dafür zu sorgen, dass ich mein System weiterentwickeln kann. Und das ist eben, gebe ich dann auf, wenn ich sage, mein Event Store oder mein lokaler Store ist eigentlich nur eine Menge von Daten, die hat von irgendwoher anders kommen und ich halt aus Events regenerieren kann. Gut, das sind also diese beiden Bubble-Ansätze. Er gibt in seinem Paper noch einen dritten Ansatz, der sozusagen kompetitiv ist, also den man alternativ benutzen kann und das ist die Idee, also er nennt es Exposing Legacy Asset as Services, also Legacy Dinge als Services nach draußen geben und das ist etwas, also er zieht sofort irgendwie die Parallele hin zu SOA, ist ja auch etwas, was SOA versucht hat, dass ich einfach Services nach draußen gebe und auch diese Software, auch SOA hat für ihn Probleme, eben zum Beispiel die fehlenden Bauern und Kontexte. Wir wollen Dinge nicht nochmal entwickeln, insbesondere wenn wir Generic und Supporting Subdomains haben, das ist so ein Pattern aus dem Strategic Domain Driven Design. Sub ist Generic und Supporting Subdomains. Generic Subdomains sind einfach Funktionalitäten, die wir irgendwie haben, die uns nicht differenzieren. Supporting Subdomains sind Sachen, die uns irgendwie unterstützen. Die Core Domain im Gegensatz dazu ist das, wo wir tatsächlich innovativ sein wollen. Für mich ist so ein prototypischer Generic Subdomain ist eigentlich Buchhaltung. Das ist super wichtig, also man kann halt ohne weiteres ins Gefängnis kommen, wenn man in der Buchhaltung ein Problem hat und plötzlich irgendwie nicht mehr sagen kann, wo zwei Milliarden Euro geblieben sind. Aber das ist nicht der Grund, weswegen irgendjemand bei uns kauft und deswegen ist es, und es ist, es wird uns kaum differenzieren. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass uns die Buchhaltung differenziert, aber sie ist trotzdem wichtig. Das wäre halt ein Generic Subdomain und wenn es das halt schon gibt, ist jetzt die Frage, warum sollte ich das neu entwickeln? Und das ist eben das, was er dort sagt und er sagt halt weiter, naja, Legacy Software hat eben großartige Fähigkeiten, die im Business jeden Tag benutzt werden. Das neu zu schreiben, ist eine ganze Menge an Routinearbeit. Es ist integriert mit vielen weiteren Systemen, mit denen wir keine Schnittstellen haben wollen und die wir auch sicher nicht ersetzen wollen. Diese ganzen Systeme haben sich über Jahre dem Geschäft angepasst und haben irgendwie Details und Nuancen, die irgendwie wichtig sind für Geschäftsprozesse und es gibt noch viele weitere Gründe, warum es eben schwierig ist, diese Systeme zu ersetzen. also so sein Ansatz. Wir wollen lieber diese Systeme weiter nutzen und uns auf unsere Herausforderungen, also beispielsweise die Core Domains fokussieren. Da sind wir jetzt zum zweiten Mal an der Stelle, wo er eigentlich sagt, Legacy Systeme abzuschalten, sollte, um es vorsichtig zu sagen, wohl überlegt sein. Also ich bin ein Fan davon, dass man Entscheidungen gut begründet. Hier sagt er, eigentlich in den meisten Fällen ist es schwer, diese Entscheidung zu begründen. Also ich würde mich jetzt weigern zu sagen, oder ich glaube auch nicht, dass er so interpretiert werden will, dass er irgendwie sagt, naja, Legacy Systeme sollte man nicht abschalten. Das ist nicht das, was er sagt. Was er aber sagt ist, es ist eben aufwendig und es nutzt uns wahrscheinlich wenig, insbesondere wenn es Generic oder Supporting Subdomains sind. Also sollten wir es halt irgendwie lassen. Und da gibt es dann auch noch so einen Ausflug, der ist glaube ich für uns als deutschsprachig vielleicht nochmal wichtig. Legacy ist eigentlich positiv. Also das heißt auch sowas wie eine Erbschaft oder ein Nachlass und eine Erbschaft ist ja üblicherweise etwas Positives. Also ist ein Legacy System auch nicht per se jetzt sofort etwas Negatives. Es ist etwas, das uns erstmal einen Wert generiert. So und das bedeutet, wir müssen jetzt mit diesem System irgendwie umgehen können. So und was er jetzt sagt ist, es gibt Risiken. Also es kann irgendwie sein, dass wir zu den alten Konzepten verleitet werden. Deswegen hatten wir über Bubbles gesprochen. Das ist also eine Alternative, um eben nicht verleitet zu werden. Sonst laufen wir irgendwie durch ganz viel Sirup, so schreibt er. Wir würden in Deutsch vielleicht irgendwie sagen, durch ganz viel Morast. So und wir haben jetzt irgendwie das Problem, so ein Legacy System Thema aufzurufen, ist eben schwierig und risikoreich. Und was ich dort spannend finde, ist seine Begründung. Die war tatsächlich eine von den Sachen, wo ich gedacht habe, ah, okay, ja, sehr guter, nachvollziehbarer Punkt. Also ich habe ein Legacy System, das hat ein Feature Set. Ich möchte da zum Beispiel Kreditkarten verwalten und Sparbücher verwalten. Und wenn ich dort irgendetwas will und das tut das System ja auch gut, das ist irgendwie vielleicht unsere Supporting Domain, also das ist vielleicht, also wenn ich halt eine Bank bin, geht nicht jemand zu uns, weil wir halt Sparbücher anbieten oder Kreditkarten, das tut jeder, sondern da gibt es andere Gründe, weswegen die zu uns kommen. So und wenn ich da halt irgendetwas will, muss ich halt durch eine Menge von Schichten, da hängen Daten mit anderen Daten zusammen, mit anderen Funktionalitäten zusammen. Irgendwann kriege ich also einen großen Abhängigkeitsbaum. Und dann kann ich mit irgendeinem Set von Eingaben und mit irgendwelchen Tricks die richtigen Effekte bekommen, also die richtigen Werte dort rausbekommen und bekomme dort dann eben nach vier Trial and Error das richtige Ergebnis, was halt sehr komplex potenziell im Code ist. Und das System, was ich eben benutzt habe, ist noch komplizierter geworden. Und der Punkt, den ich dabei spannend finde, ist, die Aussage ist eigentlich, dieses System ist eben mit einem bestimmten Feature-Set entstanden und das ist dort umgesetzt, das ist auch gut umgesetzt, aber das führt eben dazu, dass wenn ich jetzt irgendwie das Bedürfnis habe zu sagen, was kann der sich eigentlich noch leisten, das wäre ja meine neue Anforderung, dann laufe ich eben gegen die Idee von dem System und muss da irgendwie das rauselaborieren und das ist irgendwie schwierig und aufwendig. Und ich frage mich halt, also das ist eben die Frage, die sich mir dabei stellt, kann ich das eigentlich dauerhaft vermeiden? Also ich baue jetzt heute ein System, ich möchte nicht, dass ich in diese Falle laufe und ich würde behaupten, das ist irgendwie schwierig, weil am Ende baue ich halt gerade ein Feature-Set und wenn später irgendwelche Leute auf die Idee kommen, das halt in abgefahrener Art und Weise zu benutzen, was ich hier gerade baue, kann ich das nicht vorhersagen, also werde ich wahrscheinlich wieder in ein ähnliches Problem kommen. So. Das also dazu. Damit haben wir bisher gearbeitet, indem wir eben Anti-Corruption-Layer eingebaut haben und dadurch einen Übersetzer für einen Zweck gebaut haben. Wir haben also einen Bubble-Kontext gebaut. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwie berechnen, was kann ich mir alles leisten? Das bauen wir in einem Bubble-Kontext. Dafür haben wir einen Anti-Corruption-Layer, das uns entweder Synchronizing oder ACL-backed, haben wir diese Repositories, die dann dafür sorgen, dass wir halt Zugriff auf die entsprechenden Daten bekommen. Das ist die Idee. So. Und die Alternative, die er beschreibt bei Exposing Legacy Assets as Services, ist, dass wir sagen, wir bauen einen Open Host Service. Das ist ein Ansatz aus Domain-Driven Design. Und ein Open Host Service ist eigentlich sowas wie eine generische API. Also ich biete jetzt eben eine Schnittstelle an, mit der Leute irgendwelche Funktionalitäten bei mir aufrufen können. Also, sein Beispiel, das er nennt, ist ein System, das eigentlich sowas, ja, irgendwie so Buchungen macht. Also Verkäufe, aber auch zum Beispiel sowas wie Lieferungen zwischen Lagern. Also ich muss ja den Lagerbestand und die Lagerbewertung haben, die muss ich halt in der Bilanz haben. Deswegen werden also dort Verkäufe, diese Umbuchung zwischen Lagern, stornierte Bestellungen, sind keine Verkäufe. Das ist da alles irgendwie drin. So. Und mein Ziel, dieses System ist dafür zu sorgen, Bestellungen abzuwickeln und dafür zu sorgen, dass wir eben diese, dass wir da eben letztendlich Kunden mit irgendwelchen Dingen beglücken können. So. Wenn ich jetzt frage, was kostet das eigentlich, was da gerade rausgeht, dann wird das schon kompliziert. Das ist nichts, worauf dieses System optimiert ist. Wir wollen jetzt eine Statistik haben. Also genau genommen wollen wir ganz viele Statistiken haben, weil wir halt auf Basis dieser Statistiken ganz viele tolle Entscheidungen treffen können darüber, wie wir unser Geschäft optimieren. So. Und da ist jetzt das, was er sagt. Naja, wenn wir das machen wollen, dann wollen wir einen Open-Host-Service bauen. Wir haben eben eine Vielzahl an Systemen, die halt potenziell interessiert sind. Wir wollen nicht unbedingt für jedes dieser Systeme eine eigene Integration bauen. Das ist so ein bisschen die ursprüngliche Motivation für Open-Host-Service. Und wir bauen jetzt etwas, wo ich die Daten selektieren kann. Also wo ich halt sage, ich möchte nur die echten Verkäufe. Keine Umbuchung zwischen Lagern. Ich möchte die Preise da drin haben. Ich möchte keine stornierten Bestellungen, sondern wirklich das, was ich verkauft habe. Und das kann ich dort einmal lösen. Und dann sage ich noch, ich mache das nach Datum, nach Kunde und nach Ware. Also verschiedene typische Sachen, die ich halt benötige. Und dann habe ich so ein Modell eigentlich gebaut, das mir das irgendwie generisch anbietet, das aber keines der anderen Systeme intern benutzen sollte. Also eine generische Übersetzung. Wenn ich den Open-Host-Service dann gebaut habe, kann ich den ähnlich wie die Anti-Corruption-Layer vorher Synchronizing bauen. Dann kann ich also sagen, ich habe meinen eigenen Datastore, in dem die Daten drin sind, oder ACL-backed. Dann würde ich eben jedes Mal, wenn ein Aufruf an den Open-Host-Service geht, das an das Backend durchreichen. Das sind beides Optionen, die ich dort habe. Also dort habe ich die analoge Entscheidung zu treffen. Und bei dem Beispiel, was ich hier gewählt habe, sind das Side-Effect-Free-Functions. Das ist auch ein DDD-Pattern, also seiteneffektfreie Funktionen. Interessanterweise ist das eben auch ein DDD-Pattern. Die sind deswegen seiteneffektfrei, weil sie halt einfach nur Datenbestände exponieren. Und da ist also nichts, was geändert werden muss. Ich kann auch Updates machen. Das geht auch. Ist allerdings komplizierter. Und das wäre aber auch etwas, was durchaus denkbar ist. Damit kann ich zukünftige Entwicklungen auch unterstützen und entkoppeln und komme da halt irgendwie einen Schritt weiter. Das wäre im Wesentlichen die Idee. Die Exposing Legacy Assets as Services bedeutet im Wesentlichen, wir bauen einen Open Host Service auf dem Legacy System auf. Er diskutiert dann noch ein paar weitere Themen. Also eine Frage ist, wie granular sollen denn die Kontexte sein? Wir könnten halt sagen, jeder Service, den wir haben, hat ein eigenes Modell und einen eigenen Bauenden Kontext. Das würde jetzt also bedeuten, dass wir eine Vielzahl an Bauenden Kontexten haben. Und das, so sagt er, führt zu einem mentalen Overhead. Das finde ich halt spannend, weil es eben sagt, diese Bauenden Kontexte helfen mir dabei, isoliert über etwas nachzudenken. Und hier löse ich jetzt eben etwas raus, habe einen Bauenden Kontext, kann isoliert darüber nachdenken. Wenn ich jetzt in so einem Open Host Service ganz viele Bauenden Kontexte sozusagen überspanne, also jetzt eben auch noch sagen würde, okay, wir wollen eine Statistik haben über das, was geliefert wird. Nicht nur das, was verkauft wird, sondern auch das, was geliefert wird. Und uns interessiert also sozusagen Statistiken über die Logistik. Das bauen wir jetzt dann wieder auch ein. Und wir bauen noch etwas ein und noch etwas und noch etwas. Dann wird das eben sehr schwer, das alles unter einen Hub zu bringen. Also will ich eigentlich nur Services zusammenfassen, die irgendwie ähnliche Sachen machen. Also eben zum Beispiel über Vertrieb reden. Das ist also die eine Sache, nicht zu viel mentalen Overhead sozusagen entstehen lassen. Und dann spricht er noch über den Commons-Kontext, ein gemeinsames Austauschmodell in der Organisation, das keiner intern benutzt. Ich gehe davon aus, dass er damit Dinge meint, die hat fundamental Sinn. Also bei uns so etwas vielleicht wie Preise, Ware, Nummern oder solche Geschichten. Also nicht ein komplettes Modell, sondern eher Elemente davon. Ich bin mir nicht sicher, ob er das tatsächlich so meint. Und dort spricht er von der Tragedy of the Commons. Das kannte ich vorher nicht, deswegen fand ich das recht spannend. Und zwar die Tragedy of the Commons ist etwas, was man sozusagen eher soziologisch beobachtet. Wenn ich gemeinsame Güter habe, dann werden die halt sozusagen vergiftet. Also nicht, ich habe halt die Umwelt und wir alle wünschen uns halt eine saubere Umwelt, aber individuell kann es halt einen Vorteil bringen, wenn ich jetzt eben keine Rücksicht auf die Umwelt bringe, Ich kann dadurch einen Wettbewerbsvorteil beispielsweise erringen. So, und das wäre halt super, wenn die halt sauber ist, aber ich habe individuell eigentlich, und ich wünsche mir das auch, aber ich habe individuell keine Motivation, das zu tun. Und das ist halt bei so einem Commons-Kontext analog. Also ich habe jetzt, wir alle profitieren, wenn der sauber ist, aber ich profitiere natürlich, wenn mein Zeug da insbesondere drin ist. Und das verleitet mich dazu, den eben zu verschmutzen mit den Dingen, die für mich wichtig sind. Und deswegen ist so ein Commons-Kontext eben möglicherweise ein Problem. Man kann eine Publish-Language benutzen. Das ist auch etwas, was in Domain-Driven-Design diskutiert wird. Das ist letztendlich ein Standard, den man nach draußen gibt für eine Datenmodellierung. Das könnte eine Wiki-Seite sein. Er diskutiert jetzt insbesondere so offene Standards, die halt von Komitees gemacht werden. Also er spricht über den Financial Information Exchange Fix. Den könnte man jetzt auch intern benutzen. Man könnte also intern sagen, wir benutzen halt Fix, um unsere Buchungen zu modellieren. Der ist aber kompliziert, man kann die nicht ändern, ist irgendwie die Frage, ob das schlau ist. Also sollte man am ehesten vielleicht eine spezialisierte Sprache benutzen. Hier finde ich wichtig, dass er eben nicht sagt, benutze eine spezialisierte Sprache, sondern was er eigentlich sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Published Language nehmen, ich kann einen Comments-Kontext nehmen oder eben spezialisierte Sprachen. Ich muss es halt abwägen. Und das ist irgendwie so ein Ding, was ich halt im Moment gerade für mich wichtig finde. Es gibt eben nicht die Best Practice, es gibt nicht diesen einen Ansatz, der alle glücklich macht, sondern ich muss es eben abwägen. So, das ist also dort noch etwas, was halt dennoch weiter diskutiert ist, naja, wenn ich halt diesen Open-House-Service habe, kann ich den ja irgendwann durch eine Neuimplementierung ablösen. Könnte ich im Prinzip tun. Und das ist auch, und ich könnte dann eine Synchronisation in die andere Richtung machen. nicht, also ich könnte jetzt sagen, okay, im Moment ist es so, dass mein aktuelles System die Daten übernimmt, dann könnte ich es eben umgekehrt machen, das Legacy-System übernimmt die Information von meinem neuen System. Ich würde halt die Replikation genau umschalten. So, und da kommt dann irgendwie der Absatz, den, wo ich mir die meisten Ausrufezeichen gemacht habe in diesem Paper. Und zwar sagt er, das Ziel der ganzen Veranstaltung ist, üblicherweise sollte nicht das Ablösen des Alt-Systems sein. Und zwar argumentiert er folgendermaßen, wir wollen in dieser Core-Domain Innovation betreiben. Das ist das Ding, was für uns relevant ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel entschieden, dass irgendwie dieses System, was uns jetzt irgendwie sagt, ob ein Kunde was kaufen kann, dass das irgendwie etwas ist, was innovativ ist. Keine andere Bank kann das. Das ist also unser Core-Domain. Das haben wir in einem neuen Bound-Kontext ausgegliedert. Da können wir das relativ gut implementieren. Der Open-Host-Service, den wir gebaut haben oder die Anti-Corruption-Layer geben uns Zugriff auf die Legacy. Das Legacy-System ist stabil. Es ist nicht verantwortlich für die Core-Domain. Wir können darauf zugreifen. Warum sollten wir es nicht einfach so lassen? Und das finde ich ist eine sehr schlüssige Argumentation. Da sind eine Menge an Vorbedingungen drin. Das Legacy-System ist stabil. Wir können tatsächlich darauf zugreifen. Die können natürlich nicht wahr sein. Das Legacy-System könnte instabil sein. Wenn wir nicht darauf zugreifen können, das wäre erstaunlich. Das ist, glaube ich, nur eine Frage von Aufwand. Darüber reden wir noch. Dann sollte ich sinnvollerweise in die Core-Domain investieren und nur so weit in diese ganzen anderen Geschichten investieren, wie es mich in der Core-Domain unterstützt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es eben nochmal sagt, du willst nicht einfach das Legacy-System abschaffen, sondern du willst eigentlich in die Core-Domain investieren und ja, dafür musst du vielleicht an einem Legacy-System was machen, aber nur so viel, wie notwendig ist. Und da ist noch ein weiterer Satz, den hatte ich auch letzte Woche getwittert, weil ich den so toll fand. Und zwar schreibt er da, ich habe es übersetzt, wenn man einen guten Job macht, dann wird die Software, die man gerade schreibt, lange genutzt. Du solltest also gerade ein Legacy-System schreiben. Und das sagt nochmal nicht, das ist halt ein Wert. Und da komme ich, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Beobachtung. So, das wäre also das dritte Pattern, das wäre Exposing Legacy Assets as Services, läuft auf einen Open Host Service hinaus, der dann entweder ein Synchronizing ACL hinten hat, also einen eigenen Datastore, der dann synchronisiert Web mit dem Altsystem oder ACL-Backed, wo ich also direkt auf das Altsystem zugreife. Tipps sind noch, vielleicht kein Comments-Kontext bauen, gegebenenfalls ein Published Language benutzen, tendenziell eher eine spezialisierte Sprache, Legacy nicht ablösen, sondern einfacher zugreifbar machen. Und der Unterschied zu den Bubbles ist, dass wir hier eigentlich sagen, das Legacy-System wird einfacher zugreifbar für alle. Wir ändern also dort die Schnittstelle, während wir bei den Bubbles eigentlich sagen, wir machen das halt irgendwie intern. Also wir machen in unserem neuen System nur für uns privat etwas. Also hier ist es eher eine Änderung an dem Legacy-System an der Stelle. Ich schaue noch mal kurz nach Fragen und Kommentaren. Das ist heute irgendwie nicht der Fall. Es führt gerade in so einer Situation, wo man alleine vor dem Rechner sitzt zu der Frage, ob alles klar ist oder es halt völlig unklar ist. Aber ich nehme jetzt mal an, dass sozusagen an der Stelle soweit erst mal alles klar ist. Das hoffe ich zumindest. Und genau, Lisa hat auch schon fleißig gemalt. Das heißt, wir können auch noch mal kurz auf die, auf die, darauf schauen. Also dort sieht man eben auch die drei Strategien, die wir bisher gesehen haben. Also den Bubble-Kontext, die Autonomous Bubble und man kann Legacy-Systems eben auch als Services exponieren. Ich drehe, ich mache davon noch ein Video, also ein Video, was halt das Ding zeigt und packe das dann auch noch mal irgendwie auf YouTube und außerdem wird Lisa das halt auch per Twitter verbreiten und ich an der Stelle auch. Also das werdet ihr dann irgendwie auch noch mal sehen an der Stelle. Würde in dem neuen Part nicht auch eine Bubble sein, die dann den Exposing Legacy Asset as Service anspricht? Ja, also in dem, ist eine Frage, die gerade gekommen ist. Ja, also in diesem Open-Hose-Service ist irgendetwas, was eben adaptiert, genau, aber das ist eben keine Bubble. Also das ist eine Bubble, so verstehe ich das, ist eine Blase in dem Alt-System, wo ich das neue System reinbaue. Das hier ist irgendwie, glaube ich, eher externalisiert. Das ist ja in der Schnittstelle, nicht? Also von daher, das, und es ähnelt sich ja auch, also wir haben ja darüber diskutiert, dass eben das, dass ich Synchronizing oder ACL-Backed haben kann mit Bubble oder eben mit dem, mit dem, mit dem Open-Hose-Service, das ist beides möglich. Also von daher habe ich da auch wieder einen Übersetzer, aber es hat ein anderes Ziel, Es will halt generisch sein und es ist eigentlich so, dass ich jetzt eben eine Schnittstelle in dem Legacy-System einbaue, was, und die auch für mehrere nutzbar ist, das ist halt in dem anderen Ansatz gar nicht so sehr der Fall. Gut. Dann können wir eigentlich weitermachen an der Stelle. Ich schalte mal wiederum auf die Webcam auf die Webcam. Also, ja, und das ist auch so ein bisschen die Frage, wie machen wir denn weiter? Und da ist ein Absatz, den er Expanding a Bubble genannt hat. So, und das Erste, was er sagt, wenn ich den Bubble nur mit dem Legacy-System zusammen verstehen kann, dann sind die Kontextgrenzen zu schwach. Das ist irgendwie nachvollziehbar. dann habe ich das nächste Problem, dass eben Bubble und ACL, also der Anti-Corruption-Layer, dass ich dort die Entwicklung koordinieren muss. Wenn ich eine neue Anforderung habe, muss ich halt schauen, können wir das in dem Anti-Corruption-Layer, können wir das einfach so nutzen, so wie es jetzt ist, brauchen wir mehr, wie aufwendig ist das, und brauchen mehr Features, diese neuen Informationen. Das heißt, ich muss eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Anforderung habe, mir überlegen, welche Auswirkungen hat das auf den Anti-Corruption-Layer, und das ist halt insbesondere deswegen eine Herausforderung, weil eben dieser Anti-Corruption-Layer schwer planbar ist, in dem Sinne, dass uns dort ja Überraschungen passieren können, weil das Legacy-System eben schwer wartbar ist, und weil man dort eben sehr sauber arbeiten muss, und es halt irgendwie schwierig sein kann, das überhaupt aus dem Legacy-System rauszubekommen. So, und er sagt jetzt, eine Gefahr ist, ist, dass wir halt einen sehr großen Übersetzer bauen. Dann haben wir zwar eine breite, dann haben wir eine breite Schnittstelle, aber jeder dieser einzelnen Elemente wird wenig genutzt, deswegen haben wir einen schlechten Return on Investment. Wir haben also diesen großen, breiten Übersetzer gebaut, aber der ist eben sozusagen nur selten genutzt oder nur teilweise genutzt, und wahrscheinlich schwer wartbar, jedes Mal, wenn wir versuchen, da irgendwie Daten aus dem Legacy-System zu bekommen, ist das aufwendig. So, das kann dazu führen, dass die Entwickler sich möglicherweise die Daten direkt holen, und dann kommen wir genau dahin, dass eben die Kontextgrenzen erodieren, und dass ich am Ende ein System habe, wo die Entwickler, wo eben dieser Abschluss von meinem Bubble eben gerade nicht mehr so klar ist. das finde ich ist spannend. Also, was das bedeutet, ist, wenn ich, also ich habe sowas schon gesehen, wo man irgendwie sagt, ich habe ein Legacy-System, da stelle ich jetzt eine Übersetzer vor, und das ist unser Projekt, und dann haben wir das Problem endgültig gelöst. So, und das ist eigentlich das, wo er sagt, nee, das ist halt eine blöde Idee, ich möchte das machen, getrieben durch Anforderungen, und ich muss davon, ich muss darauf achten, dass ich dort eben nicht so viel Geld versenke. Und das ist für mich, also das bedeutet, einmal ist das halt eine Return-on-Investment-Argumentation, die ich nachvollziehbar finde, und das andere ist halt für mich auch, dass ich sowas, ich persönlich würde eben sagen, ich will sowas implementieren, getrieben durch Anforderungen, um eben zu sehen, wo ich genau diese semantische Übersetzung machen muss, wo ich überhaupt genau irgendetwas einbauen muss, ich möchte das nicht auf Vorrat machen, würde ich jetzt sagen, und ich weiß auch gar nicht, ob es auf Vorrat geht, wenn ich die Legacy Assets als exponiere, geht das vielleicht noch nicht, dann kann ich halt sagen, hier ist halt so eine Sprache, von der ich glaube, dass man zum Beispiel ganz viele Sales-Statistiken damit machen kann, aber bei den Bubble-Kontexten habe ich ja etwas sehr Spezialisiertes, und das auf Vorrat zu machen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, oder machbar ist. Also sollte ich langsam weiterentwickeln, ich sollte also meinen Bubble-Kontext erweitern, den Anticorption-Layer erweitern, und das Erweitern dieses Anticorruption-Layers, so sagt er, sollte ein eigener Entwicklungstask sein, nicht Teil einer User-Story. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, ich hätte halt mir auch vorstellen können, dass man sagt, hier ist eine User-Story, wenn wir die implementieren, müssen wir das halt erweitern, den ACL erweitern, das bedeutet, die ist halt aufwendig. Was er sagt ist, wir nehmen die User-Story, und haben dann die Erweiterung des ACLs extra, und ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, weil es kann ja sein, dass ich diese ACL-Erweiterung auch noch für andere Sachen brauche, und das ist etwas, was ich getrennt betrachten möchte, auch aufgrund des Risikoprofils beispielsweise, nicht? Also es ist eben etwas, wo das Risiko und der Aufwand entsprechend größer sein kann, und deswegen möchte ich das halt extra haben. Finde ich also für mich nachvollziehbar. Ich sollte dort nur Daten holen, die man wirklich braucht. Also, das Beispiel, was er jetzt irgendwie gibt, ist, meine Benutzer sagen, dein Sales-Report ist ja super, ich würde gerne noch diese beiden Felder aus dem Legacy-System sehen. Und mir ist klar, was diese Felder sagen. Also ja, die sind irgendwie schwer zu verstehen, und ich kann dir das halt auch nicht so ohne weiteres sagen, aber ich weiß, was sie bedeuten, und ich möchte sie einfach nur dort sehen. So, was er jetzt sagt, ist, man ist jetzt versucht zu sagen, okay, ich nehme diese beiden Felder, ich packe sie halt in mein System mit rein, und ich zeige sie halt einfach an, uninterpretiert. So, und da sagt er, das ist eine blöde Idee, weil wir damit das Konzept eigentlich torpedieren. wir sagen ja, wir wollen einen neuen Domain, einen neuen Bauenden Kontext haben, mit einem neuen Domain-Modell, und wir haben jetzt Teile in diesem Domain-Modell, die wir nicht verstehen, die aus dem Legacy-System kommen, und die nicht übersetzt sind. Und dadurch haben wir genau das gemacht, dass wir diesen Anti-Corruption-Layer eigentlich durchbohrt haben. Wir haben irgendwie gesagt, ja, wir haben irgendwie das alte System, hier haben wir ein neues, sauberes System, und das wollen wir voneinander entkoppeln über einen Anti-Corruption-Layer, und da ist halt die Aussage, das ist eine blöde Idee. Nein, das geben wir hier auf. Wir durchbohren den Anti-Corruption-Layer, und hier sind diese beiden Felder. So, was kann ich jetzt tun? Eine Möglichkeit wäre, das Modell zu erweitern. Da muss ich das semantisch übersetzen. Komme ich gleich zu. Ich kann die Daten durch den Kontext durchleiten. Davon habe ich gerade abgeraten, weil er davon abrät, also eigentlich rät er eben davon ab. Oder, und das fand ich halt spannend, ich könnte halt den Kontext übergehen. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe das neue Sales-System mit den neuen Statistiken, und hier direkt daneben, in einem anderen Browser-Tab oder durch eine UI-Integration reinintegriert, oder wie auch immer, direkt daneben sind diese beiden Felder. So, dann hätte ich halt den Effekt erreicht, aber ich hätte halt mein neues System nicht kompromittiert, weil eben das Legacy-System die dort direkt anzeigt, und nicht mein System. Was ich auch eine spannende Idee finde. Also, es ist normalerweise kein, nicht unbedingt die beste Idee, dem Benutzer oder Kunden zu sagen, nein, das willst du gar nicht, sondern man muss irgendwie konstruktiver Ansätze wählen. Er sagt dann, das Einfügen neuer Daten ist eben ein Modellierungsthema, das ist ein Aufwand, und er sagt deswegen, man sollte dort skeptisch sein, ist das wirklich notwendig, und dann müsste man ein Referenz-Szenario entwickeln. Also man müsste eben sagen, okay, du hast diese beiden Datenfelder, die willst du halt haben, welche Entscheidungen triffst du daraus, was bedeuten die genau in diesem Kontext, wie kriegen wir das in das Modell rein. Dann erweitern wir die Ubiquitous Language und das Domainmodell auf Basis dieser Bedeutung, die im Legacy-System drin ist. Und was er dann sagt, und das ist wieder eine von den Sachen, wo ich mir irgendwie mehrere Ausrufezeichen gemacht habe, ist, das bedeutet, diese Dinge können schwieriger sein als neue Anforderungen. Und zwar ist der Grund, dass ich ja schon eine Meinung über das Legacy-System habe. Da sind halt diese beiden Felder, ich weiß, was da steht, das ist ja schon fertig. Was willst du von mir? So, aber dann, wenn ich das eben diesem nachgebe, dann lecken eben diese Sachen in mein System rein, nicht? Und durchbohren eben mein Anti-Corruption-Layer und torpedieren meinen Baune-Kontext. Das ist also nicht schlau. Auf der anderen Seite sagt er, man sollte sich durch Perfektionismus nicht blockieren lassen. So, und da ist noch so ein wichtiges Thema, wir wollen uns entkoppeln, wir wollen nicht feststellen, dass wir am Ende wieder da sind, wo wir vorher waren, sondern das wollen wir konsequent machen. Dabei musste ich denken an etwas, was ich tatsächlich gesehen habe in einem Projekt, das ist das Mappen-Kennzeichen. Und zwar gab es früher Mappen, wo man halt Sachen reingetan hat, so Bestellungen und sowas, und da konnte man so Reiter ziehen und dadurch Mappen-Kennzeichen machen. So, und dieses Mappen-Kennzeichen ist offensichtlich in dem ersten IT-System drin gewesen. Und wir waren gerade dabei, dieses IT-System abzuschaffen und haben fröhlich, also ich war nicht an der fachlichen Sache so stark involviert, nach meinem Empfinden fröhlich auch Mappen-Kennzeichen eingebaut. Und das ist genauso ein Beispiel für, das ist eine blöde Idee. Eigentlich möchte ich hier sauber haben, was diese Dinge bedeuten. Und ich werde sie nicht Mappen-Kennzeichen nennen, sondern ich werde eben sagen, das ist eine Expressbestellung oder was auch immer durch diese Mappen-Kennzeichen signalisiert wird. So, also dort wäre dann das Fazit, ich möchte weniger Daten übernehmen, ich möchte bei der Weiterentwicklung wenig Daten übernehmen, wegen des Return on Investments, wegen des Aufwands. Ich will die Daten übersetzen in mein neues Modell und Legacy-Erweiterungen können eben schwieriger sein, als neue Konzepte einzubauen, weil eben das Legacy-System mit seiner Denkweise so stark dominiert und einen dazu verführt zu sagen, es ist doch sowieso alles klar. Und das ist es eben an der Stelle nicht. Das war das Paper. Ich packe in das Video, in die Aufzeichnung später nochmal einen Link zu dem Paper. Link findet ihr auch im Chat. Könnt ihr gerne lesen und schauen, ob ich das tatsächlich sozusagen sinnvoll wiedergegeben habe. Ich glaube, das ist ein, ja wie gesagt, ein ganz spannendes Paper. Ich stehe jetzt noch für Fragen zur Verfügung, falls da irgendetwas ist. Ansonsten, ja Freitag, ich habe ein paar Fragen noch, die ich sozusagen aufarbeiten wollen würde. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Respektive, das wollte ich eben an der Stelle dann nochmal behandeln. und, ja, das ist sozusagen das, was ich dort vorhabe. Genau, ich warte nochmal kurz. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. und ich lasse den Chat, glaube ich, nochmal, ach so, da. Also, da ist ein Kommentar von DudeRoot. Danke für den Vortrag, soweit alles klar, aber würde gerne nochmal darauf kauen, bis ich mit einer Frage komme. Vielleicht ein Hinweis, der Link für das Paper ist nicht korrekt, komplett Tage gleich UI. Aha. Lass mich kurz schauen. Also, eigentlich hätte ich halt gehofft, dass ich dazu in der Lage bin, das richtig zu copy-pasten. das stimmt, da ist dann was schief. Aber was? Ah, da. Moment, jetzt muss ich einmal kurz... Also, ich packe nochmal den Link in den Chat. Der ist jetzt aber auch tatsächlich richtig, das hatte ich irgendwie kontrolliert. Wie bist du denn auf das Paper gestoßen? Das ist ja auch schon wieder sieben Jahre alt. Genau. Mich hat halt Guido darauf hingewiesen und das fand ich halt spannend. Ja, die Sachen von Eric werden irgendwie erst später diskutiert und für cool befunden. Ja, ist so nicht. Also, das Problem bei der Sache ist halt, es gibt irgendwie das Buch und dann gibt es irgendwie so diese Bits and Pieces und das gehört offensichtlich dazu, dass es halt irgendwie eigentlich ein Blogbeitrag und ja, nicht? Also, finde ich halt auch spannend, dass man das jetzt erkennt und ich finde es halt insbesondere deswegen spannend, deswegen hatte ich auch diese Session gemacht, weil eben Legacy im Moment gerade ein Thema ist, nicht? Also, mit diesen ganzen Microservices auflösen, neue Systeme, äh, nicht? Neue Systeme durch Microservices ablösen und so weiter, sind da, ist das ja eine Kerndiskussion. Deswegen fand ich es eben spannend, das hier nochmal zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch der Grund für diese Renaissance von DDD, weil wir eben mit Domain, weil wir eben mit Microservices gerade die Herausforderung haben. Was ist ein Legacy-System? Gehört dazu die eigene Software, die im Laufe der letzten Jahrzehnte von mehreren Entwicklern geschrieben wurde und heute kaum wartbar ist. Das ist eine gute Frage, nicht? Man könnte es, man könnte es umgekehrt beantworten. Man könnte halt sagen, Legacy-Systeme sind all das, wo die Konzepte, die ich hier vorgestellt habe, irgendwie helfen. Ich glaube, also, und dann gibt es halt irgendwie diese Definition, von der ich nicht sicher bin, was ich von der halte, die irgendwie sagt, naja, das sind irgendwie Systeme, die halt keine Tests haben. finde ich ein bisschen zu einfach. Meine Antwort wäre, Legacy-Systeme sind Systeme, die einen Wert darstellen und die eben tatsächlich irgendwie schwer wartbar sind. Also wir würden ja über diese Themen nicht diskutieren, wenn wir jetzt, wenn es so wäre, dass unser System einfach wartbar ist und nach Domain-Driven-Design aufgebaut ist, sondern wir reden hier über Konzepte, mit denen wir solche Systeme, die das gerade nicht sind, aufbauen, ansprechen können. Und vielleicht wäre dann eine Definition im Rahmen dessen, was wir hier diskutiert haben, eben ein System, das keine vernünftige Aufteilung im Bau- und Kontext hat. Darum geht es ja eigentlich. Also nicht, wir sagen eben, dass Domain-Driven-Design eben da ist, dass wir mit Domain-Driven-Design unser System im Bau- und Kontexte aufteilen und ein System, das dem nicht genügt, wäre dann vielleicht ein Legacy-System. Könnte also auch ein moderneres System sein. Ja, so würde ich das sehen.